Acht Kerne? Pah, für AMD ist das doch wohl viel zu wenig. Hallo und willkommen zu einem neuen News-Video eures Lieblings-Monties. Die aktuelle Lage im PC-Hardware-Sektor ist ja schon irgendwie interessant. Jahrelang war der CPU-Markt so langweilig wie der ZDF-Fernsehgarten und bei Grafikkarten Neuerscheinungen. Ja, da war so viel Action, dass die gerade erschienene Grafikkarte bei Kauf schon wieder veraltet war. Und im Jahre 2018 ist nun alles genau andersherum. Bei Grafikkarten Neuerscheinungen ist der ZDF-Fernsehgarten dann doch irgendwie wieder relativ interessant. Und wenn es um Ankündigungen von Intel und AMD bei CPUs geht, dann kommt man ja kaum mit den News hinterher. Wie wäre es denn mal mit einer goldenen Mitte bei Grafikkarten und CPUs? Wobei ich mich bei den Intel vs. AMD-Kampf ja schon ein wenig freue, wenn man sich mal so die langweilige Vergangenheit ansieht. Und wie schon öfter berichtet, war ja letztes Jahr die große Angstzeit von Intel, nachdem sie bemerken, dass AMD's Ryzen wohl doch ein bisschen stärker und beliebter ist als erwartet. Allerdings ist es ja nun nicht so, dass AMD sich da mal locker eben zurücklehnen kann. Denn so langsam ist Intel ja wieder auf den Pfad der Vernünftigen zurückgekehrt und kündigt sinnvolle Produkte an, die noch dazu nicht überhastet auf den Markt geworfen werden. Ich verweise hier auf den bald erscheinenden Intel-Achtkerner für den Mainstream-Bereich. Wohlgemerkt ist das Ganze noch nicht offiziell, aber eigentlich so gut wie sicher. Ja und was passiert, wenn Intel seinen Achtkerner zu einem respektablen Preis rausbringt, bei dem AMD's Ryzen 2700X dann kein Vorteil mehr bietet? Richtig, der Ryzen 2700X dürfte ziemlich überflüssig werden. Denn ein Achtkerner auf Coffee-Lake-Basis mit entsprechendem Takt dürfte den Ryzen in ja eigentlich fast allen Disziplinen schlagen. Und dem ist sich natürlich auch AMD bewusst und ja, das was ich eigentlich schon lange prophezeit habe, wird eventuell schon nächstes Jahr, also 2019, Wirklichkeit werden. Denn die Jungs und Mädels von WCCFTech.com streuen nun erste Gerüchte in die Welt, dass es 2019 mit Zen 2 die ersten CPUs, für die ein 4 Plattformen geben wird, die deutlich mehr als 8 Kerne nutzen. Und gesprochen wird hier von, ja, 12 bis 16 Kernen, wobei ich mir eigentlich gut vorstellen kann, dass es sowohl 12 als auch 16 Kernen auf der Ryzen 7er-Reihe geben könnte. Das Ganze basiert, wie besagt, auf Zen 2, der laut AMD übrigens fertig ist. Laut AMD wird gar schon an Zen 5 entwickelt, wobei die Zahl, glaube ich, ein wenig irreführend ist, da über ein Zen 4 gar nicht gesprochen wird und dieser, warum auch immer, wohl übersprungen wird. Zen 2 erscheint jedenfalls im 7-Nanometer-LP-Fertigungsprozess und lässt Intel damit klar zurück, die noch mit 10 Nanometer zu kämpfen haben. Und auch wenn diese Info noch einen Gerüchtestatus hat, der wirklich jenseits von Gut und Böse ist, gehe ich davon aus, dass es auch genau so kommen wird. Denn das wäre halt einfach der nächste logische Schritt von AMD. Besonders im Hinblick auf Intels 8 Kerner, der AMD das Leben tatsächlich enorm schwer machen könnte. Und da AMD mit der geschickten Zen-Architektur ja eigentlich relativ wenig Aufwand hat, einen 12 oder gar 16 Kernen zu produzieren, wird das auch so kommen. Und ja, wenn nicht 2019, dann halt 2020 mit Zen 3. Wobei das meiner Meinung nach schon ein wenig spät wäre. Jetzt nehmen wir doch mal an, das stimmt jetzt alles. Jetzt mal ehrlich, selbst 2018 gibt es nur eine Handvoll Programme, die so viele Kerne auch nur ansatzweise nutzen können. Und 2019 wird das wohl auch nicht viel besser aussehen. Noch dazu werden diese genauso wie beim Threadripper durch die Architektur mit der Infinity Fabric etwas langsamer arbeiten als zum Beispiel normale 8-Kern-Ryzens. Nutzbar werden solche Ryzens dann wohl für die wenigsten sein. Zukunftssicher sind sie aber natürlich extrem. Denn wenn nächstes Jahr schon ein 16-Kerner in seinem PC erhält, der muss so schnell sicherlich nicht mehr aufrüsten. Bis allerdings Spiele so weit sind, die Kerne auch wirklich effektiv zu nutzen, wird ganz sicher noch einige Zeit vergehen. Bedenkt, dass diese Ryzens natürlich auch SMT nutzen werden, also dann 24 beziehungsweise 32 Threads anbieten. Und wo wir heute immer wieder bei AMD sind, gibt es noch so eine ganz kleine Bonus-News sozusagen, die offiziell, ja offiziell nichts mit Ryzen zu tun hat, inoffiziell aber dann doch sehr wohl. Denn AMD belebt den Athlon wieder. Ja richtig, der Kult-Prozessor überhaupt kommt, zumindest namenstechnisch auf jeden Fall wieder. Es wird nämlich einen Athlon 200GE geben. Und Kenner wissen sofort, dass es sich hierbei um eine Revenrige-RPU mit integrierter Grafik handelt. Und das Gerücht dazu gibt es ja schon seit dem im Februar 2018 veröffentlichten Eintrag in CSoft Zendra. Nun ist das Ganze aber ziemlich offiziell, da die ersten UE4-Listen mit dem Athlon 200GE ausgestattet wurden. Und da ist es dann am Ende auch ziemlich egal, ob AMD diesen nun offiziell vorgestellt hat oder halt nicht. Und hier handelt es sich dann um einen Zweikerner samt SMT und 3,2 GHz Takt, der vermutlich dann allerdings ohne Turbo-Funktion daherkommen wird. Und die integrierte Vega-Grafikeinheit ist aber nicht ganz mit denen des 2200G oder gar 2400G vergleichbar, denn es werden hier wohl nur läppische 192 Shader mit der Pixelschubserei betreut werden. Dafür benötigt der kleine Racker aber nur maximal 35 Watt an Strom. Und wer sich mal so ein bisschen mit Intels Pentiums... Intels Pentiums CPU... Und wer sich mal so ein kleines bisschen mit Intels Pentium-CPUs beschäftigt hat, der weiß ganz genau, dass dieser neue Athlon ganz klar gegen Intels Pentium antritt. Es wird also eine ziemlich günstige Einsteiger-CPU werden, die zum Beispiel für HT-PCs recht interessant ist. CPU-Leistung dürfte sich nicht viel zum Pentium tun, GPU-mäßig wird trotzdem der Athlon deutlich schneller als Intel sein. Nach so viel AMD wird es aber mal so langsam Zeit, dass wir zu etwas völlig anderem kommen. Der Kommentar des Tages kommt heute von Zero-Matic HD. Dieser hat einen ganz kleinen Hinweis und eine Frage, die übrigens gefühlt schon tausendmal gestellt wurde. Änder mal dein Design, wird doch langsam langweilig. Und was machst du eigentlich beruflich? Sag nicht YouTube. Hey Zero-Matic, also erstmal zur Frage. Nein, die YouTube-Einnahmen reichen bei meiner Kanalgröße noch lange nicht aus, um einen Lebensunterhalt zu finanzieren. Daher habe ich natürlich noch einen richtigen Job. Da ich aber, wie es eigentlich bekannt sein sollte, über mein Privatleben auf YouTube nicht so gerne spreche, gehe ich auf diese Frage in der Regel nicht näher ein. Geraten wurde in den Kommentaren ja übrigens schon verdammt viel. Aber richtig geraten hat meiner Meinung nach bisher noch niemand. Von daher können wir jetzt ruhig eine neue Raterunde starten. Also ab damit unten in die Kommentare. Der eigentliche Grund, warum ich deinen Kommentar mal ausgewählt habe, ist der erste Teil bezüglich des Designs. Ich habe ja schon diverse Male darüber nachgedacht, hier tatsächlich was zu ändern und dachte mir aber eigentlich danach immer, ach Quatsch, warum soll ich das ändern? Änderungen sind nämlich meistens eher kontraproduktiv. Und daher möchte ich euch einfach mal fragen, gefällt euch das Kanal-Design und auch das Video-Design so wie es ist? Oder sollte ich hier vielleicht ein bisschen was ändern? Denn so eine Änderung ist auch mal nicht so eben so gemacht. Und ja, alternativ könnt ihr mir ja auch gerne ein paar Vorschläge per E-Mail zuschicken, die ich bei Gefallen dann vielleicht, vielleicht in einem separaten Video gegeneinander antreten lasse. Und falls ihr da Lust drauf habt, schickt mir aber bitte, bitte nur wirklich ernst gemeinte Vorschläge rein. An dieser Stelle vielen Dank schon mal. Und natürlich wird auch genau das Thema in der heutigen Umfrage besprochen. Also auch hier fleißig teilnehmen, hier oben in der Infoleiste. Und bei der heutigen Umfragebesprechung haben wir das gleiche Problem wie im entsprechenden letzten Video. Das Ganze passt nämlich irgendwie so überhaupt nicht zum heutigen Videothema. Denn es ging im letzten News-Video um Nintendos Switch-Konsole. Diese wurde nämlich gehackt und Nintendo geht nun auch vehement gegen die gehackten Konsolen vor. Und ich frage euch daraufhin, würdest du deine Nintendo Switch hacken? Und 55% haben entweder Schiss oder sie sind ganz einfach strunzerliger Naturen und werden ihre Switch niemals, niemals, nie hacken oder hacken lassen. Ich selbst gehöre ja zu den 17% und werde diese sicherlich irgendwann mal einer entsprechenden Prozedur unterziehen. Ja, es kommt halt nur auf die entsprechende Homebrew-Software an. Nochmals 17% sind unschlüssig und 36 meiner Zuschauer haben ihr Switch sogar schon einem Hack unterzogen. Das sind tatsächlich sogar mehr als ich dachte. Aber diese Zahl könnte sich bald verdoppeln. Nochmal 32 Zuschauer waren das schnellstmöglich auch vor. Und ich wünsche allen Hackern noch viel Spaß mit der Switch und würde mich im Übrigen sehr über so ein paar Berichte dazu freuen. Natürlich freue ich mich auch über einen dicken Like für dieses Video und für eure weitere Unterstützung. Entweder per Tippi, Patreon oder ihr nutzt zum Beispiel einfach einmal eine Affiliate-Links unterm Video, bei dem ich dann immer eine kleine, kleine Provision erhalte. Völlig egal, was ihr nach dem Anklicken kauft. Und preislich habt ihr hier keinen Nachteil. Und wisst ihr was? Ich verziehe mich jetzt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.